Schuss! Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Speck Ops is a Line. Ach da hinten liegt schon das Gewehrchen. Kann ich mir das irgendwie holen? Ne. Schade, das bedeutet ich habe hier nur ein paar Schuss. Ah und hier 100 Schuss. Hey was ist denn los? Was ist mit dem Typ passiert? Exekution. Okay, dann werden wir hier jetzt weitergehen. Oh Gott, Ghoul führte bewaffnete Plünderer gegen ausgebildete Soldaten. Er wusste nicht, dass das passiert. Vielleicht waren es die Verluste wert. Mein Gott. Wartet mal. Riecht ihr das? Machst du Witze? Wir stehen hier knietief in Leichen, klar rieche ich das. Nein, nicht das. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Aber... Ich seh nichts. Schweres Gruppe! Er will nicht umfallen! Rademach! Er hat eine Decke! Was? Okay. Also nochmal. Oh Gott. Ghoul führte bewaffnete Plünderer gegen ausgebildete Soldaten. Er wusste nicht, dass das passiert. Vielleicht waren es die Verluste wert. Also ich muss sagen, es ist richtig ekelhaft. Wartet mal. Riecht ihr das? Machst du Witze? Wir stehen hier knietief in Leichen, klar rieche ich das. Nein, nicht das. Was ist das für ein Zeug? Soldaten Vorgfalzen. Schützen Sie die Handverwürste! Siehst du da? Schere im Einwärtsch! Er will nicht auf den Ball! Schieß, Hilfe! Schwerer Zufall ist ausgeschlossen! Schwerer Zufall ist ausgeschlossen! Schwerer Zufall ist ausgeschlossen! Was soll das? Die Leute waren besiegt! Der Kampf war vorbei! Er ist eine Botschaft an die Überlebenden! Legt euch nicht mit uns an! Was für Überlebende! Das Logo! Das lag da gerade! Nein! Nein! Boah, ich will dir eigentlich gar nicht exekutieren, aber... Ich weiß nicht genau, ist das human, die von ihrem Leid zu erlösen, oder... Ich hab keine Ahnung, das Spiel ist... ...irgendwie etwas, nicht schräg, sondern... Sie sagen, sie sprechen für diese Leute, Agent Gould! Beweisen Sie mir, dass es so ist! Nein! Ich hab nichts getan! Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sie für einen Narren halten, oder Lebensmittel! Ich meine, wenn jemand das Gate frontal angreift... Ich glaube, ihr kleiner Angriff hat nur ein Ablenkungsmanöver... ...um ihrem Partner, Agent Riggs, zu helfen! Sagen Sie mir, wo er ist! Okay! Der Nächste! Langsam! Wir müssen das Treffer angehen! Okay! Gut ist da, und ich hab freie Sicht! Wenn wir jetzt feuern, sterben diese Zivilisten! Bedeutet dir das nichts? Los! Nein! 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 Scheiß drauf! Ich schalte ihn aus! Warte den Befehl ab! Du! Übernimmst den Rest! Ja, Sir! Immer nachschweigsam, Agent! Wenn Sie kapieren würden, was Sie diesen Menschen angetan haben... Bringt ihn her! Walker! Hier drüben! Wir müssen die Zivilisten retten! Das ist unsere Chance, Walker! Wir haben freie Bahn zu Gould! Was ist mit den Zivilisten? Wir müssen sie retten! Ich weiß, es ist zum Kotzen, aber Gould ist wichtig für unsere Mission! Die Zivilisten nicht! Unsere Mission heißt Menschen retten! Bitte, Captain! Wir brauchen Gould! Lass mich schießen! Wir dürfen diese Menschen nicht sterben lassen, Walker! Du weißt, dass ich Recht habe! Ich kann nichts machen! Fang an!